Schaut und hört euch mal Michel Friedmann an und wir lüften danach sein Geheimnis. Und hier geht es nicht um seine Kokainaffäre, die liegt ja schon sehr lange zurück, als bei einer Hausdurchsuchung szeneübliche Päckchen gefunden wurden. Es geht um Doppelmoral und Heuchelei. Aber hören wir mal rein in seine Rede, die er in diesem Monat gehalten hat im Hessischen Landtag und die ich euch auch in voller Länge verlinke. Hier mal drei Ausschnitte. Es sitzen hier in diesem Parlament Menschen, die sagen, einige sind niemand. Die sich wieder ermaßen zu bestimmen, wer ein Mensch ist. Dann richtet er sich an die AfD-Abgeordneten im Hessischen Landtag und sagt folgendes. Ich schäme mich für ein Parlament, dass Menschen hier sitzen, die das demokratische Parlament eigentlich zerstören wollen. Ich bewundere ihre Doppelmoral, ihre Heuchelei, so zu tun, als dass sie für das Wohl der Menschen sind. Wer Menschen hasst, sollte als Politiker als das gesehen werden, was er ist. Er arbeitet nicht für Menschen, sondern gegen Menschen. Dass dieser Mann Doppelmoral und Heuchelei bewundert, hat er gerade gesagt, lässt mit Blick auf das, was wir gleich offenlegen, schon tief blicken. Und wenig später, sagt Michel Friedmann, dann das, was ich zweimal hintereinander abspiele, ganz bewusst. Oskar Schindler würde sie verachten. Oskar Schindler würde sie verachten. Lieber Michel Friedmann, ich verachte sie nicht. Denn wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine absolute Mainstream-Zeitung schrieb, und zwar im Jahre 2023, ich zitiere einmal, Verachtung kann Genozide motivieren. Das ist ja ein besonders bevorzugtes Thema, Genozide, nicht wahr? Wenn sie Oskar Schindler für ihre Verachtung vorschicken, so lässt dies, ich sag's nochmals, tief blicken. Ich biete Ihnen, Herr Friedmann, eine öffentliche Diskussion an. Trauen Sie sich? Bevor ich das Folgende zeige und beweise, lieber Michel Friedmann, ich achte jeden Menschen, ob schwarz, ob weiß, Christ wie ich, Moslem, Jude wie sie oder Atheist, ich achte auch politisch Andersdenkende. Und jetzt mal einige geschichtliche Fakten, die Sie, Herr Friedmann, sicherlich kennen und doch den Menschen gern verschweigen. Und hier halte ich das Buch des Vaters des geistigen Zionismus in der Hand. Was sind Zionisten? Wir blenden das mal neben mir ein. Und auf Seite 200 des im Jahr 1916 von einem Verlag, dessen Name nicht genannt werden darf, ich mache die Anleihe wieder bei Harry Potter veröffentlichten Werkes des Vaters des geistigen Zionismus, können wir Folgendes lesen. Während der ganzen Dauer der Diaspora pflegten unsere Väter trotz aller schrecklichen Verfolgung und Nöte Gott täglich dafür zu danken, dass er sie als Juden geschaffen hat. Alle wussten einfach als selbstverständliches Axiom, dass es auf der Schöpfungsleiter Stufen gäbe, Milleralien, Pflanzen, Tiere, Menschen und zuoberst, na, ihr wisst schon mehr. Und Axiom laut Duden bedeutet Glaubenssatz, eine gültige Wahrheit, die keines Beweises bedarf. Wenig später schreibt der Vater des geistigen Zionismus übrigens noch Folgendes. Auf die Frage des Kasarenkönigs, ob es nicht besser wäre, wenn die Tora allen Völkern wäre gegeben worden, antwortete der, dessen Name eben nicht genannt werden darf, Gelehrte, wäre es nicht besser, wenn alle Lebewesen Menschen wären. Was impliziert diese Frage? Denkt mal drüber nach. Die Tora umfasst die fünf Bücher Mose, die Bestandteil des Alten Testaments sind. Ich habe noch nie so viel im Alten Testament gelesen, wie im letzten Jahr für mein Buch Die große Täuschung. Und Naum Goldmann, den müssen wir auch mal ansprechen. Das ist der Präsident, der, dessen Name nicht genannt werden darf, der Kongresses und einer der führenden Zionisten seiner Zeit. Naum Goldmann schreibt in der deutschen Ausgabe, in der Fußnote habe ich die englische Ausgabe, für jedermann verlinkt, aber dazu gleich nochmal mehr, Folgendes. Eines der großen Wunder der, ihr wisst schon mehr, Psychologie, das weitgehend das außergewöhnliche Überleben unseres Volkes trotz 2000-jähriger Versteuerung erklärt, bestand darin, einen absolut genialen Verteidigungsmechanismus entwickelt zu haben, der gegen die politisch-wirtschaftliche Situation, gegen die Verfolgung und das Exil half. Dieser Mechanismus kann in wenigen Worten erklärt werden. Die, ihr wisst schon mehr, betrachteten ihre Peiniger als eine minderwertige Rasse in diesem Buch zu finden. Nun habe ich die englische Ausgabe des Buchs in der Fußnote verlinkt, zu eben Archive.org. Und diese Internetseite wurde von Hackern Anfang Oktober 2024 angegriffen und ist bis heute nicht aufrufbar. Man arbeite aber an der Wiederherstellung dieser Seite. Ich hoffe sehr, dass das in wenigen Tagen geschehen wird, kompletiert werden kann. Und wer hat wohl ein Interesse daran, dass diese Webseite mit diesen vielen, sehr, sehr vielen alten Büchern und Dokumenten derzeit lahmgelegt ist. Hoffentlich dauerhaft. Ich drücke die Daumen, dass die Seite eben bald läuft und dann all die Dokumente, all die Bücher, die ich euch in meinen Büchern fremdbestimmt und die große Täuschung verlinke, für euch wieder zu wenig sind. Und im Buch habe ich euch noch ein Werk oder ganze Werke, die hier stehen, verlinkt zu Beweiswecken. Ihr findet sie also hier. Ich habe für alle Bände über 300 Euro ausgegeben. Ich hole das mal hier heraus. Es steht in diesem Band. Ich habe das eben ja auch in meinem Buch abgebildet für euch. Und das kann jeder überprüfen, wenn Archive.org wieder funktioniert. Da braucht ihr ja nicht 300 Euro auszugeben. Und hier steht nochmals eindeutig drin in dem Band 2, den ich hier in der Hand halte. Eliyahu kommt dann nicht, der Messias aber wohl. Denn wenn der Messias kommt, sind alle Sklaven der Israeliten. Die Israeliten, das steht hier eindeutig drin. Es ist keine Erfindung von Muslimen, die ein bestimmtes Land laut Bild-Zeitung ja hassen. Und deshalb, wenn ihr mal Bild-Zeitungsartikel lest, redet man ja immer von den, ihr wisst schon, wer Hassan, in jedem Artikel dieser Zeitung. Ich weiß nicht, ob ihr einen Messias wollt, der alle anderen zu Sklaven macht. Ich bekenne eindeutig, dass ich das nicht möchte. Und erwähnen wir hier nochmals Naum Goldmann. Den kennt ihr ja jetzt inzwischen schon. Der sagt eben, Ihr Glaube an den Begriff des außergewählten Volkes ist die Basis ihrer ganzen Religion. Im Laufe der Jahrhunderte haben die, ihr wisst schon, wer, ihre Trennung von der Nicht- ihr wisst schon, wer Welt verstärkt. Sie verwarfen und tun es noch. Die Mischehen, die Mischehen, ganz wichtig. Sie haben eine Mauer nach der anderen errichtet, um ihre Existenz nach außen abzusichern. Und sie haben ihre Ghettos selbst erbaut. Er sagt also was zu Mischehen. Und darum denke ich in diesem Zusammenhang an die schlimmsten Rassengesetze der Nazis von 1935. Warum nur? Habt ihr eine Idee? In meinem definitiv letzten Buch schreibe ich, Nun muss man wissen, dass genau diese Mischehen von ihr wisst schon, wer, für wahre ihr wisst schon, wer, vollkommen inakzeptabel sind. Der ihr wisst schon, wer, Schlomo Sand schreibt in seinem absolut empfehlenswerten Werk die Erfindung des ihr wisst schon, wer Volkes. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stieg in der Sowjetunion, in den übrigen kommunistischen Staaten, sowie in den liberal-demokratischen Ländern die Zahl der Mischehen immer weiter an, was die Integration der ihr wisst schon, wer, in den verschiedenen Nationalkulturen vorantrieb. Deshalb verkündete Golda Meir, die streitbare Ministerpräsidentin Israel 1972, dass ihrer Meinung nach ein ihr wisst schon, wer, der mit einem nicht ihr wisst schon, wer verheiratet war, zu den 6 Millionen Opfern des Nationalsozialismus zu zählen sei. Ich bin Schlomo Sand sehr dankbar für sein Buch. Wir werden den Nahen Osten und die Völker Westeuropas vor einem Krieg und Bürgerkrieg nur retten mit Versöhnung auf dem Boden der Wahrheit. Das ist meine feste Überzeugung. Und deshalb habe ich diese beiden Bücher geschrieben. In meinem Buch zitiere ich zu Mischehen von, er wisst schon, wer, und Deutschen folgendes. Parallel dazu nahm die Zahl der Mischehen zu, waren es 1901 8,4 Prozent, so sollte die Quote bis 1915 auf fast 30 Prozent ansteigen. Wir lebten also in einer guten Symbiose zum gegenseitigen Nutzen in Deutschland während der Regentschaft von Kaiser Wilhelm II. Wird euch das im Geschichtsunterricht erklärt? Und Trump betete in diesem Monat am Grabmal von Menachem Mendel-Schnerzson. Dort betete bereits 2016 der Schwiegersohn von Donald Trump für den Wahlsieg Donald Trumps. Und in meinem Buch schreibe ich dazu, jetzt weiß der Leser dieser Zahlen, warum der Menachem Mendel-Schnerzson, den sogar nicht wenige für den Ewischunwehr halten. Selbst laut der Wochenzeitung Die Zeit, wie bereits im Vorwort erwähnt, geglaubt hat, es habe einen faulen Ast am Baum des Ewischunwehrtums gegeben. Im Deutschen Reich unter Kaiser Wilhelm II. heiraten immer mehr Ewischunwehr Deutsche. Und umgekehrt, damit war obsolet, was der große Zionist Naum Goldmann, wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt, als den absolut genialen Verteidigungsmechanismus bezeichnete. Die Ewischunwehr bezeichneten ihre Peiniger als eine minderwertige Rasse. Das alles wird uns verschwiegen. Tja, wissen Sie das nicht, Herr Friedmann? Wissen Sie das wirklich nicht? Oder tun Sie nur so unwissend? Versteht ihr das Ausmaß der großen Täuschung? Und das sind ihr alles so Teilaspekte. In meinem Buch steht so viel Neues für euch alle. Aber es wird natürlich totgeschwiegen von den Medien und selbst von vielen alternativen Kanälen, die von der Existenz sicher wissen. Alles ist geprüft, alles beweisbar, alles verlinkt zu archive.org und hoffentlich wird diese Seite bald wieder hochgefahren. Tja, und zu Mischel Friedmann sage ich, betreiben Sie nicht Doppelmoral und Heuchelei, die Sie gerade der AfD vorwirft? Und ich empfehle mal, mit Ihrem Glaubensbruder Elia Tee Kontakt aufzunehmen. Der Eli war mit mir schon auf vielen Demos für die Impffreiheit, für unsere Grundrechte in den letzten Jahren. Und Eli sagt über Björn Höcke folgendes. Hören wir mal rein. Ich kann nicht für die gesamte jüdische Bevölkerung in Deutschland sprechen, aber als Teil der jüdischen Community. Ein Mensch, der sich hier integriert fühlt, der nichtsdestotrotz seine jüdischen Wurzeln weiterhin kennt und in Verbindung bringen kann mit dem Kulturgut hier in Deutschland. Muss ich Ihnen sagen, Sie brauchen sich nicht zu schämen für das, was Sie sind. Sie sind kein Nazi. Sie werden nie ein Nazi sein. Lieber Mischel Friedmann oder lieber Herr Friedmann, wir wollen ja bewusst förmlich bleiben. Es geht auch ohne Hass. Sie, Herr Friedmann, haben eine deutsche Frau geheiratet. Damit leisten Sie einen Beitrag zur Wiederherstellung der Symbiose, die uns Deutsche mit ihren Glaubensbrüdern zu Zeiten Kaiser Wilhelm II eine positive, zusammenführende und besondere Rolle auf der Welt einbrachte. Und damit zog sich mein Vaterland aber den Hass der Zionisten zu. Ausführlich beschrieben in meinem neuen und letzten Werk. Gehen wir nicht den Weg der Zionisten weiter, der am Ende zur völligen Zerstörung der Völker führen wird. Zu Krieg, nicht nur in Gaza und im Libanon. Davon bin ich überzeugt. Und gelobt sei Jesus Christus, das sage ich nur als jemand, der aus der römisch-katholischen Kirche 2007 austrat. Weil das im Vatikan sicher nicht dein Bodenpersonal ist, das sage ich mal so nach oben guckend. Wer sein Herz und Seel benutzt, findet zur Wahrheit nach meiner festen Überzeugung. Und ich habe einen muslimischen Friseur aus Syrien und ich gab dem Pfeiter von Lidiati, den ihr gerade gesehen habt, die Buchrechte für das Buch Fremdbestimmt in russischer Sprache für eben die russische Föderation. Ich bin bereit, jedem die Hand zu reichen. Auch Ihnen, Herr Friedmann. So, und für euch, ich werde in den nächsten Wochen noch weitere Informationen geben. Ich halte es so wichtig, euch zu verdeutlichen, warum ich Fan der Schweiz bin, warum ich euch auch empfehle, Vermögen aus der EU rauszuschaffen in die Schweiz. Und ich habe jahrelang seit 2007 offiziell und seit 2001 schon in meinem Mikrokosmos als Investmentbanker für Gold und Silber geworben. Ich habe zur richtigen Zeit damit angefangen. Das sind wichtige Rettungsboote für euch alle. Ich gebe euch nach meiner festen Überzeugung in Telegram sehr viele wichtige Informationen, kostenlos, jede Woche. Könnt ihr diese Präsentation abrufen. Mehr kann ich nicht machen. Also, Gottes Segen für euch alle. Gelobt sei Jesus Christus. Und ich freue mich auf einen Wiedersehen. Bis dann. Bis dann.